Gegen Holland wäre es schön, wenn wir nur Arjen Robben rausnehmen müssten, aber mir fallen da leider noch ein paar andere ein. Ich habe auch einen Teil des Spiels gesehen, wenn man sieht, dass sie da Snyder, Affelei, Van Persie haben, dann ist das auf jeden Fall geballte Offensivkraft, aber die Dänen haben das richtig gut gemacht. Holland, denke ich, muss jetzt unbedingt gewinnen, sonst könnte das schon als Aus bedeuten. Das heißt, sie werden vermutlich nicht ganz so defensiv agieren wie Portugal. Das Schöne ist, dass das auf jeden Fall ein richtig intensives Spiel wird, weil beide Mannschaften sich nicht nur aufgrund der Vorgeschichte von Deutschland und Holland und dieser gesunden Rivalität, sondern auch aufgrund der Situation in der Gruppe jetzt absolut auf dem Platz zerreißen müssen. Ich habe ja diese Saison gegen beide zweimal gespielt, gegen Huntela sehr erfolgreich, gegen Van Persie eher weniger, der hat drei Tore geschossen in zwei Spielen. Der größte Unterschied ist natürlich der, dass der eine Rechtsfuß, der andere Linksfuß ist. Andererseits hat das eben auf dem Niveau auch nicht mehr viel zu bedeuten. Ich glaube, dass sie beide im Sechzehner zu den mindestens Top 8 auf der Welt gehören, wenn es darum geht, Chancen zu nutzen. Den macht er hervorragend rein in Manier eines Weltklasse-Stürmers, wie sich das eben gehört. Und davor war es ja nicht so, dass er irgendwie schlecht gespielt hat in meinen Augen, sondern dass wir ihm zu wenig Bälle geliefert haben. Als er ihn einmal hatte und der Vorteil abgepfiffen war, hat er ihn auch reingemacht. Also ich denke, man hat gesehen, dass er einfach eiskalt ist vor dem Tor. Bis zum nächsten Mal.